Hallo FC Köln Fans, alles klar? Wir sind hier und bringen die neuesten Nachrichten aus Köln hier auf den Kanal. Wenn du ein FC Köln Fan bist, kannst du schon jetzt ein Like hinterlassen, ich möchte die Stärke der Nation sehen. Und ich möchte eine sehr wichtige Einladung an Sie richten, ich lade Sie ein, Teil dieser Familie zu werden, indem Sie den Kanal abonnieren. Vergessen Sie nicht, die Benachrichtigungsglocke für YouTube zu aktivieren, um Ihnen die Videos zu senden. Der FC Köln soll kurz davor stehen, Luca Waldschmidt vom Bundesliga-Konkurrenten VfL Wolfsburg zu verpflichten. Laut Kicker sind die Verhandlungen für den 27-jährigen Stürmer in einem fortgeschrittenen Stadion. Geplant ist eine Laie bis zum Sommer 2024, danach sollt im besten Fall eine Kaufoption greifen, die Waldschmidt bis 2027 an Köln bindet. Der flexible Offensivspieler wechselte vor knapp zwei Jahren von Benfica Lissabon für angabenweise zum VfL 12 Millionen Euro mit Vertrag bis 2025. Der 27-Jährige spielte in der vergangenen Saison nur rund 500 Minuten in der Liga und wurde zuletzt im Februar in die Startelf von Niko Kovac aufgenommen. Was halten Sie davon, dass Waldschmidt nach Köln wechselt? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare. Erstens – Wenn Sie das beseitigernisch haben Sie damit an die Optioninformationsbereich